Also es hat sich folgendes zugetragen. Ich war mit Angie Lutschmund, meiner Sekretärin, in ihrer Wohnung. Und ich gebe zu, dabei ist es zu einer Situation gekommen, wo wir uns gegenseitig unserer Kleider entledigt haben. Aber, und das ist die gute Nachricht, ich habe keine Erektion bekommen, weil ich an dich gedacht habe. Du hast keine Erektion bekommen, weil du an mich gedacht hast? Ich liebe dich, Tanja. Melanie, Melanie, bleib ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Oh, Melanie! Ich wusste ja gar nicht, dass du Flöte spielen kannst. Ja, ich war sie bei einem Schulorchester. Das ist doch eine Eisflöte! Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken. Heute, 20.15 Uhr auf S1. So, nun ein kleiner Kratzer. Kleiner Kratzer.